Der Tambur-Major Das ist der alte Tambur-Major. Wie ist er jetzt herunter? Zur Kaiserzeit stand er in Flor, da war er glücklich und munter. Er balancierte den großen Stock mit lachendem Gesichte, die silbernen Tressen auf seinem Rock, die glänzten im Sonnenlichte. Wenn er mit Trommelwirbelschall einzog in Städten und Städtchen, da schlug das Herz im Widerhall den Weibern und den Mädchen. Er kam und sah und siegte leicht wohl über alle Schönen. Sein schwarzer Schnurrbart wurde feucht von deutschen Frauentränen. Wir mußten es dulden, in jedem Land, wo die fremden Eroberer kamen, der Kaiser die Herren überwand, der Tambur-Major die Damen. Wir haben lange getragen das Leid, geduldig wie deutsche Eichen, bis endlich die hohe Obrigkeit uns gab das Befreiungszeichen. Wie in der Kampfbahn der Auerochs erhoben wir unsere Hörner, entledigten uns des fränkischen Jochs und sangen die Lieder von Körner. Entsetzliche Verse, sie klangen ins Ohr gar schauderhaft den Tyrannen, der Kaiser und der Tambur-Major. Sie flohen erschrocken von dannen. Sie ernteten beide den Sündenlohn und nahmen ein schlechtes Ende. Es fiel der Kaiser Napoleon den Briten in die Hände. Wohl auf der Insel St. Helena, sie marterten ihn gar schändlich. Am Magenkrebse starb er da nach langen Leiden endlich. Der Tambur-Major, er ward entsetzt gleichfalls von seiner Stelle. Um nicht zu verhungern, dient er jetzt als Hausknecht in unserem Hotelle. Er heizt den Ofen, er fegt den Topf, muß Holz und Wasser schleppen. Mit seinem wackelnd greisen Kopf keucht er herauf die Treppen. Wenn mich der Fritz besucht, so kann er nicht den Spaß sich versagen, den drollig schlotternd langen Mann zu närgeln und zu plagen. Lass ab mit Spättelein, O Fritz, es ziemt Germanias Söhnen wohl nimmermehr mit schlechtem Witz gefallene Größe zu höhnen. Du solltest mit Pietät mich deucht behandeln, solche Leute. Der Alte ist dein Vater vielleicht von mütterlicher Seite. Der Tambur-Major Heine erteilt mit diesem Gedicht von Frankreich aus den Deutschen eine herrlich boshafte Geschichtsstunde. Das ist der Alte Tambur-Major zur Kaiserzeit, stand er in Flore. Die Kaiserzeit, die Heine meint, ist nicht die Deutsche, sondern die kurze Französische unter Napoleon. Er balancierte den großen Stock, die silbernen Tressen auf seinem Rock, die glänzten im Sonnenlichte. Ein Tambur-Major paradiert mit geschmücktem Stab der Militärkapelle voran und ist alles andere als ein Major. Wir kennen einen solchen Tambur-Major auch als den Gegenspieler Wojtzecks aus dem gleichnamigen Drama, wo er auch als Frauenverführer erscheint. Wenn er einzog in Städten und Städtchen, da schlug das Herz im Widerhall den Weibern und den Mädchen. Einzog der Tambur-Major zusammen mit der französischen Armee. Deutsche Fürstentümer waren besetzt und zum Teil in französische Satellitenstaaten umgewandelt. Das Königreich Westfalen beispielsweise wurde sogar neu geschaffen, um auf deutschem Boden mustergültig bürgerorientierte Verwaltung und Justiz vorzuführen, das die traditionelle feudale Ordnung ersetzt. Er kam und sah und siegte leicht. Das berühmte Cäsar-Zitat Wohl über alle Schönen. Wir mußten es dulden. In jedem Land, wo die fremden Eroberer kamen, der Kaiser die Herren überwand, der Tambur-Major die Damen. Wird hier das Kriegsklischee repetiert? Die feindliche Armee siegt, um sich dann der Frauen zu bemächtigen? Es wird nur vordergründig so getan, denn die Herren sind auch in dem Sinne überwunden, daß sie eine neue Staatsordnung genießen durften, die mehr persönliche Freiheiten bedeutet. Und die Damen wurden eben von der Unwiderstehlichkeit des Tambur-Majors überwunden. Ob das beiderseits den historischen Tatsachen gerecht wird, soll hier nicht zur Debatte stehen. Wir haben lange getragen das Leid geduldig wie deutsche Eichen. Das Leid, das zu tragen war, ist hier das der deutschen Männer, die mit ansehen mußten, daß die Franzosen solchen Erfolg bei den Frauen hatten. Wie in der Kampfbahn der Auerochs erhuben wir unsere Hörner. Statt eines Stieres, der sich erhebt, einen Auerochs zum Vergleich heranzuziehen, klingt nicht unbedingt schmeichelhaft. Die Hörner erinnern hier auch zu sehr an gehörnte Ehemänner. Entledigten uns des fränkischen Jochs und sangen die Lieder von Körner. Theodor Körner war Soldat in den Befreiungskriegen und vor allem dichter aufpeitschender Kampflieder. Entsetzliche Verse, sie klangen ins Ur gar schauderhaft den Tyrannen. Entsetzlich fand Heine seine Verse vor allem in künstlerischer Hinsicht. Der Plural Tyrannen ist hier herrlich irreführend. Man könnte glatt an die deutschen zahlreichen Fürsten denken, denen nach den Befreiungskriegen die alte feudale Macht wiederhergestellt wurde. Der Kaiser und der Tambomajor, sie flohen erschrocken von dannen. Die Tyrannen sollen hier also Napoleon und der Tambomajor sein. Es wird ironisch angedeutet, daß man so schrecklich nicht unter ihnen gelitten hatte. Und gegen solche Tyrannen richten sich also diese Lieder und nicht etwa gegen die Tyrannen der Restauration, also der wiederhergestellten feudalen Ordnung auf deutschem Boden. Sie ernteten beide den Sündenlohn und nahmen ein schlechtes Ende. Es fiel der Kaiser Napoleon den Briten in die Hände. Wohl auf der Insel St. Helena, sie marterten ihn gar schändlich. Am Magenkrebse starb er da nach langen Leiden endlich. Inwieweit Heiner andeuten wollte, daß Napoleon, der immerhin Krieg über ganz Europa brachte, ein unverdientes Ende fand, sei dahingestellt. Der Tambomajor erwart entsetzt gleichfalls von seiner Stelle. Entsetzt heißt hier aus dem Dienst entlassen. Um nicht zu verhungern, dient er jetzt als Hausknecht in unserem Hotel. Aus dem strahlenden Tambomajor unter Napoleon wurde also ein armer alter Hausknecht der Dienste für den deutschen Exzellenten verrichtet. Wenn mich der Fritz besucht, so kann er nicht den Spaß sich versagen, den drollig schlotternd langen Mann zu närgeln und zu plagen. Der besuchende Fritz neckt also diesen heruntergekommenen ehemaligen Tambomajor, daß es ausgerechnet ein Fritz ist, gemahnt an den seit Friedrich dem Großen deutschesten aller Kaisernamen. »Lass ab mit Spöttelein, o Fritz! Du solltest mit Pietät mich deucht behandeln, solche Leute! Der Alte ist dein Vater vielleicht von mütterlicher Seite!« Netter kann man es nicht ausdrücken. Mütterlicherseits hat man gewöhnlich einen anderen Großvater, aber daß man auch einen anderen Vater haben kann als väterlicherseits, darauf muß man erst mal kommen. auch von Herrn come mit Sprech. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.